Je nachdem, was man als den ultimativen Start betrachtet, das geht ganz klar in den Dunstkreis des W. Edward Stemming zurück, des Joseph Duran, die damals im Tross des Douglas MacArthur nach Japan gingen, dort ein Stück weit vorher, bis die einsamen Rufer in der US-amerikanischen Wüste waren und das aber plötzlich in Japan auf vermeintlich oder real fruchtbaren Boden, nicht im Sinne von dieser amerikanischen Wüste, die Gedanken dort gefallen sind und dann spannenderweise eben auch wieder manchmal zum Teil Jahrzehnte später, da kommen wir nachher noch dazu, wieder zurückgeschwappt sind. Ein ganz präsenter japanischer Vertreter, der das Thema im Grunde auch die Begrifflichkeit so geprägt hat, den man aus einem anderen Kontext kennt, der Kaworu Ishikawa. Ich denke, jedem, der in irgendeiner Weise sich mit dem Thema Lean schon mal beschäftigt hat, dem wird das Ishikawa-Diagramm, Fischgräten-Diagramm, Ursachen-Wirkungs-Diagramm, da was sagen und der war das Thema Quality Circle als Teil von Total Quality Control und noch etwas weitergehend, Total Quality Management Well my Airborne. Untertitelung des ZDF, 2020